Aparacet Und bitte! Ja, bitte! Guten Tag! Grüezi miteinander! Mein Name ist... Was ist das? Aparacet Und bitte! Ja, bitte! Guten Tag! Mein Name ist Aparacet Ja, geniesslich. Mein Name ist Marte Für die Pathologie Ja, und zwar Nach einer ausführlichen Autopsie war keine fremde Wirkung nachweisbar Von daher ist mit so einem Risikoprofil und auf schluss von anderen Todesursachen die einzige Möglichkeit ein natürlicher Tod und zwar kommt der Herzen statt Ja, aber wenn ich ehrlich bin hat das wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange gemacht Ja, wieso meinst du das? Ja, und zwar und zwar Wie ihr da gesehen zwischen dem grossen und dem kleinen hat es ein Phlioblast um vierten Grades zusammen verknüpft mit einer massiven und an der positiven dritten Grades geht es wahrscheinlich maximal 3 Grad Gleiche kann ich auch freigeben? Ja, gleiche kann ich auch freigeben Ja, und um den Rest will ich euch dann kämpfen Super, dann danke vielmals Ich freue mich schon mal Danke und ich liebe Spaß, danke Danke, danke Danke, danke Danke, danke Danke, danke Vielen Dank Vielen Dank Danke, danke Und bitte Liebe Yvonne Liebe Trauergemeinde Was ist passiert? Sonnen Was ist passiert? Ja Und bitte Liebe Yvonne Scheisse Nein Nein Wollen wir gleich weitermachen? Wollen wir gleich weitermachen? Nein Hallo, Kamera läuft Das Ton Und bitte Liebe Sonja Liebe Trauergemeinde Es ist ein schwerer Moment für uns alle Wir sind zusammengekommen Um an Michel Adieu zu sagen Ich möchte aber vorher Bevor wir die Urnen ins Grabe abholen noch ein paar Worte sagen Es fällt auch mir nicht schwer Es fällt auch mir nicht leicht Einen guten Freund Einen tollen Menschen zu verlieren Nein, aber da hätte es alles gegeben Achtung Achtung Es wird Elia sauer Das sind die Beste Bitte So bitte Es ist ein Röffel Schön Hallo Danke 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 Gehen schon Grosser Träumer L livre Da hat sie noch so ein Dienst-Towerchen. Alles am Dokumentieren. Genau. Und da geht's Joghurt bedienen. Hier hinten ist das Buffet. Das ist ja alles regional. Und alles mehr oder weniger Bio. Bio. Achtung, Filmdrehen. Ja, das ist wichtig. Wer hat dir das angefangen? Der... Immanuel. Der ist natürlich. Der Filmdrehen. So. Der Filmdrehen. 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 Der Filmdrehen.